Was soll's? Mh... Mh... Der Klassiker, den man eigentlich immer nimmt, obwohl, ich nehme den hier und den hier. Das macht mir Spaß. Und normale Thermaldetonatoren. Diesen Stück cooler. Also nicht cooler, aber einfacher. Das habe ich schon gelesen und das scheint diese primitive Spezies zu sein. Hoffentlich nicht blöd, Martin. Warte mal. Primitive Spezies. Alter, du kannst mich mal. Das ist nicht primitiv. Das ist ordentlich behauner Stein oder Beton. Lauter Energie, Futzel, Kram. Das ist nicht primitiv, Leute. Sieht aus, als sei niemand zu Hause. Puh. Richtung ausschalten. Ausschalten? Ich dachte, die hätte komponiert bis... Oh. Verschwinde von hier. Sie haben Laserwaffen. Genau. Sie sind ein primitives Volk, aber haben Laserwaffen. oder irgendwelche Gif-Molken-Kram. Das ist immer noch normal. Kann man so bitte immer zerstören. schade. Die sind ja wohl nicht. Lauf, Jedi! Äh. Wieso soll ich laufen? Und wieso kennen die mich als Jedi? Hallo! Wer sagt der sie zu dem Primitiv, wenn sie die Jedi schon kennen? Ach, die sind gar nicht hier vom Planeten. Äh... Tut mir leid, aber die mit den 70-Kramen sind eher gefährlich als hier. So, jetzt sind es nur noch zwei. Sehr schön, nur noch einer. Und das war's mit dem... Da sind zwei grüne Türen, ich kann mich nicht entscheiden. Äh... Hier habe ich aber noch was gehört. Hey, wir haben die realen Sturmtruppen besucht. Die waren sind gut. Also auf jeden Fall sind sie nicht schlecht. Ah, hier ist auch noch einer. Zwei sogar. Okay. Ich habe keine Chance. Vor allem, weil ich einmal mit dem Schwert wirbel und ihr aus den Lärmchen kippt. Hä? Ah, Sturmtruppler. Und noch ein bisschen was mehr. Okay. Ich bleib mal kurz hier. Komm, die Säte sind mal auf mich. Wie geht das da auf? Verdammt, gibt's hier viele Wege. Sehr schön, ich schieße noch ein bisschen auf mich. Sehr schön. Jetzt block ich nochmal ein paar von denen hier. Dann kriege ich noch ordentlich Blockpunkte. Wenn auch nicht sehr viele, weil das nicht so lange gedauert hat. Ähm... Da bin ich hergekommen. Da. Wer ist weggepustet. Das ist also ein Puster und kein Sauger, der mich zerheckselt. Wie cool ist das denn? Ähm... Der lange Griff muss... Sieht ernsthaft mal richtig cool aus, wenn man es einhändig führt. Aber natürlich, äh... Führt man es mit... Besser mit dem normalen... Angriffskram, weil... Noch ein paar Imperiale. Komm, die ersten dürfen noch vielleicht kurz noch einer. Ja, fast der zweite. Jetzt der zweite. Ja, nur noch ein dritter. Komm schon. Ich wollte noch ein paar mehr Kugeln blocken. Das macht sich immer so gut. In der Statistik. Ist das jetzt Schutz? Äh... Wie, das stimmt hier nicht. Hey, langweiler. Schieb doch mal ein bisschen ab. Das ist so langweilig. Mach schon. Ich schieb doch mal ein bisschen ab. Aber wäre es cool, dass man nicht kämpfen braucht, um sie mittlerweile zu... Also, um sie zu gewinnen. Ah... Ähm... Und ich dachte mir noch... Irgendwie sieht das so aus, als müsste ich da durch. Oh, Mörderrotor. Da will keiner unbedingt rein. Okay. Ist das hier irgendwie der Antrieb dafür, oder? Ach, nö, oder? Das habe ich doch gerade erst eben reingeguckt. Naja, was soll's? Wie viel Munition hatte ich eigentlich in dieser Teil? Mittlerweile volle. Ich habe aber auch gesehen, dass ich damit wie eine Sau, oder? Ja, ähm... Ah, hier. Da ruft man das Teil. Alles neu, neuer Planet, neue Technik. Aber wieso sollten die primitiv sein? Das ist... Irgendwie... Entweder sind die verdammt eitel, oder... Die meinen das ernst. Ähm... So, okay. Wir haben ja F-12, von daher... Ah... Das Ding ist elektrisch. Okay. Elektrisch. Ach, das ist ja langweilig. Das war ja nur ein Angriff. Und das kommt nicht auch nur einer. Oh. Oh. Ich nehme mal an, das kann ich nicht unbedingt zerstören. Das wird für die Tatverrichtung sein. Okay, das ist eine ganz fiese Nummer. Mit dem wir gegen Kugeln. Lebt aber keiner mehr von hinten. Und wieso haben die die da hinten nicht angegriffen? Na, weil sie wahrscheinlich, weil sie gestorben sind. Äh... Okay, das ist jetzt echt strange. Geradeaus stehen zwei Jedi und einer, der so, so... Einer von diesen Saftschubsen da. Und da kommen zwei von diesen komischen blauen Kugeln. Die eigentlich nicht auf diesem Planeten sein dürfen, soweit ich das mitbekommen habe. Da kann ich nicht rein. Ich gehe mal dahin, wo die Saftschubsen waren. Ach ne, die Saftschubsen ist ja die andere Richtung. Äh, Entschuldigung. Ähm, ja. Jetzt erstmal die Munition aufladen und das Schild. Hey, volle Munition. Wie cool ist das denn? Und eine Fensterscheibe. Und etwas, wo ich nichts tun kann. Ähm, jetzt geht's dann anscheinend gegen die Jedis. Und das war's auch schon mit dem einen Jedi. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Gibt's doch nicht. Gibt's ja nicht. Komm schon. Ja. Kann ja wohl nicht so schwer sein, einer von diesen Dödelner... von dieser Saftschubs da zu töten. Okay, Auto speichern. Au, ich weiß warum. Ich glaub's auch nur du, dass es kein Entkommen gibt. Obwohl, für dich gibt's kein Entkommen. Eins. Nummer zwei. Und das war genau am Hals entlang gezogen. Also gar nicht mal so schlecht. Da gibt's mal wieder nix. Ach, nö. Ey. Das ist ne echt saucoole Nummer. Bin ich hier nicht irgendwie hergekommen? Ach nee, das war... Ach, echt? Überhaupt nicht mehr. So, dann lasst ich jetzt mal kurz, bis die alle tot sind. Dauert ja nicht allzu lange. Gleich steht nochmal vier dran. Und zwar jetzt. Ah. Ein Spassbogel. Ja, ich finde das dürfen... Das dürfen auch locker. Hm.